Ah, scheiße. Nicht so gut. So, was ist das hier? Komme ich hier nicht. Nee. Hm. Das ist aber hier auch nur so eine Zwischen... Zwischenstation, wollte ich sagen. Aber... Du scheiße, Alter. Hier mag die Leichen rumkrauchen. Ist auch nicht so mein Ding. Hey, hey, hey. Bin ich hier richtig? Wo muss ich überhaupt hin? Da lang? Komme ich doch eigentlich... Aha. Ja, das hast du dir so gedacht, Wackulie. Au. Diese Schmerzen. Ja, na ja. So, die Dinger habe ich ja schon gesehen. Die Tagebücher. Zapp. Beziehungsweise Fragmente. So, dann müssen wir hier wahrscheinlich wie hoch wieder hoch, wa? Jetzt sieht irgendwie alles so gleich aus, wa? Aber... Wie kämen wir noch richtig? Also, die Richtung ist nicht richtig, aber... Vielleicht... So... Jo, no jo... Hehehe. Ach ja. Schön hier. So. Aha. Ja, aber feintechnisch ist hier nicht so, wa? Also, ich will mal lieber nicht so laut schreien, aber... Oh, geht, wa? Hält sich in Grenzen. Was? Oh. Jetzt erzähl mir nicht, du hältst so viel aus, alter. So, damit hat sich... Damit hat sich die Munition hier für den Raketenwerfer auch erledigt. Ich höre doch auf zu spinnen da hinten, alter. Schon dreimal rinni jagt da, oder mehrmals sogar. Ja. Kommen sie! Ich sehe den Bastard! Ja. Hinter mir? Nee. Nee, das lobe ich nicht, dass ihr mich seht. La, 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 la. La. Finde ich ein bisschen, äh, seltsam sag ich mal. Dass man hier... Warte, 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 warte. Ach, du Kacke. Hm. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Ich frage es natürlich, ob man das überhaupt damit ausschalten kann, ne? Ja, man kann. So, jetzt will ich ja trotzdem nochmal oben gucken. Ob hier noch irgendwas hier mit... Scharfschützen hier wär? Hm, das könnte hilfreich sein. Oder wäre jetzt gerade auch so in dem Bereich hilfreich gewesen. Au, 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 au. Nehmen wir uns gleich mal hier am Start. Huch. Paarmal da. Ha, 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 ha. Oh, jemand hier? Kann ich hier runterspringen? Jupp. So. Da kommt man anscheinend nicht rein. Ne. Ne, die will ich nicht. Da schon wieder... Ne. Limit erreicht. Was ist das denn hier? Alter, müssen wir mal langsam mal da sein, oder was? Ja, Tesla-Granaten. Schön und gut. Muss bestimmt in die Richtung, ne? Ne, links von mir. Hier so wahrscheinlich lang. Keine Ahnung. Ich will erst mal oben gucken. Ob da noch irgendwas Schicktes? Feinde durften ja keine mehr sein, weil... Aha. So, dann nehmen wir mal hier so'n... ...so ne Klappe, wa? Da, der London-Nautiker-Waggon. An Bord Totenkopf-Chefwissenschaftler mit dem Zielmord. Wie schnapp ich mir nur direkt in der Regime-Rollfahrer? Neues Tier. Findet ihr den Waggon? Hey. He. Oh, eine weiße Friedenstaube. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe so die dumpfe Vermutung, wir müssen da rüber... ...balancieren. Die Soldaten des Regimes sind hoffnungslos romantisch. Ich habe einem den Kopf mit einem Hammer eingeschlagen, als er meinen Handschuh aufheben wollte. Welch ein Junge hätte Vater mir das Schießen beigebracht? Stattdessen weiß ich, wie man Kranke pflegt, verschollene Relikte ausgräbt und wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Ich würde so gern einen Soldaten kennen. Er könnte mir beibringen, kein Mitleid zu fühlen. Er würde mich verstehen. Mhm, 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 mhm. Aha. Jetzt haben wir wieder Motion. Äh... Limit erreicht, ne? Achso. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Wir haben ja kein Limit erreicht. Oder was? Wahrscheinlich die andere Munition. Die ist es wahrscheinlich, wa? Vier Schuss. Laden wir mal nach. Und packen wieder einen. So. Ja toll, wir sind jetzt hier in dem... Moment. Moment. Können wir hier ein Loch hinschneiden, wa? Ist ja alles nicht das Thema hier. Brrrrrr. Plop. So. Laserkraftwerk-Zielsucher. Ach Gott, was haben wir denn jetzt? Das Laserkraftwerk wurde mit einem Zielsucher verbessert. Der ist unmöglich, mehrere Gegner gleichzeitig zu verfolgen, zu erfassen und auf sie zu feuern. Der Einsatz des Zielsuchers führt zu einem höheren Batterieverbrauch. Drücke Maus 2, um den Zielsucher zu aktivieren. Okay. Ach, herrje. Okay. Na, jetzt haben wir ja was lustig hier, wa? Schön. Äh. Was ist der denn für ein Problem hier? Hä? Hm. Okay. Ich weiß ja immer noch nicht, wo ich so richtig... Wie ich hier richtig bin. Ach, hier ist ja der hängende Waggon, wa? Äh, Marinda. Aua. Und hier sehen die Soldaten wie Ameisen noch zum Ameisenhügel aus. Und sie sind der Stock, der hereinsticht. Was bin ich? Alter Schwede, schieb's ja voll die Optik hier, wa? So, Ma... Ja, meine Maus ist wieder ausgefallen. Ich fasse nicht, Alter. Mitten, wenn's hier die Action losgeht. So. Äh, so. Ich geh mal hier ein dolles Ding drin gehauen. Oh, wie niedlich. Äh. Hm. Da soll ich jetzt run... Da soll ich jetzt runterspringen? Da tut mir ganz schön weh, wa? Aber ich hab wohl keine andere Möglichkeit. Haha, hier sind wir ja schon fast durch, wa? Hier gibt's bestimmt 100.000 Secrets, aber... Leuchtet... Aua. Joa, irgendwas ist da. Ich... Medi-Schock. Was ist das denn? Achso. So, ich wissen noch gar nicht, wie das Ding hier funktioniert, wa? Kann ich einfach mal schießen? Hm. Aha, da ist auf jeden Fall erstmal ne Aufladestation. Ich glaub, ich muss mich hier erstmal... ...aushusten. Aha. BAM, ALTER! Ah, jetzt ist das Ding leer. Ich denk, das lädt sich auf. Ach, hey. Na, das kann ja dauern. Ich kann irgendwie besser schießen ohne Kimmelkorn, wa? Wett, 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 wett. Was war denn das für die Roll? Also, ich werd doch noch nicht so glücklich mit dem Laserkraftwerk da. Aber wahrscheinlich stirbt der, stirbt der wahrscheinlich ja nicht hier mit dem, mit den Shotgun-Munitionen. So, dann haben wir mal hier auf Tesla grad. Ach, von oben auch noch. Na, ist ja nett. Ist immer ein netter Kollege, wa? So, es wird schon mal mal um. Auf Raketen-Dinges. Was? Sollen wir nicht erzählen, dass... Hallo? Jetzt ist er tot. Das ist ja faszinierend. So. Der Rest sollte ja eigentlich bloß noch... Wann rennt der da weg? Das ist nicht nett von dir. Oh. 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 So. Ach Gott. Irgendwas schießt hier noch? Unfreundlicherweise von Bo. Eigentlich kann ich das auch ganz anders machen. Das fällt mir gerade mal so ein. Oh, wir haben hier einen dicken Knüppel. Pam, Alter. Pam. So. Wurde nämlich jetzt gerne erstmal hier wahr. Den hier machen. Zap. Achso. Hat sich mittlerweile schon aufgeladen. Alles klar. Na ja, vielleicht brauche ich sie. Vielleicht brauche ich sie noch. Ha. Mal lieber mitnehmen. Kommt man da rin? Oh. Guck mal hier. Ein goldener Hesihase. Hat du möhren? Ich hör schon wieder was. Ich hör schon wieder böse Sachen. Oh. 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 Alter. Ich muss hier weg. Weg mit dem Link. Ich muss hier hoch. Lass mich da hoch. Ach. Ich brauche hier erstmal Deckung, Alter. Scheiße. Ich finde hier keine Deckung. Böse. Ja toll. Nyehehe. Huuu. 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 Da Hauut aber ordentlich Rinde. Ja. Ach du Scheiße. Wer kommt denn jetzt? Jetzt kommen sie mit Raketen, das ist unfreundlich. Die Leute sterben. Die Menschen sterben. Die Resistance ist auf dich. Berlin, kommen in Berlin. Was ist dein Status? Wir sind in schlechtem, Kapitän. Wir sind komplett verletzt. Sie werden uns finden. Sie wissen, ich bin auf den Runen meine ganze Leben. So sick of the silence. This moment, right now, is gonna be loud. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything, arm ourselves to the hilt. People rise up and take down death's head for good.